Irgendwie schwächelt der Markt weiterhin, ihr seht das hier der Dow Jones, ihr seht das weiter auf dem Weg nach unten, der heutige Tag bisher, wir sind ja noch halbwegs frisch mit dabei, aber beim Future gilt natürlich der Vormittag, der deutsche, der europäische Vormittag natürlich auch schon, da seht ihr schon, das ist schon eine ziemlich deutliche Abwärtsbewegung, die wir da haben, aber wir sind noch, und das ist die gute Nachricht, oberhalb, beziehungsweise jetzt eigentlich an dieser Marke. Ganz kurz, wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise was wird ebenfalls mit beigesteuert haben, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Erzeugerpreise, Producer Price Indizes, ihr seht es hier, nicht so richtig doll ausgefallen sind, nachdem wir ja die Inflationsdaten gestern schon schlecht haben, sind jetzt nun auch die nochmal schlechter ausgefallen, man hatte ein bisschen gehofft, naja, dass es vielleicht sogar weniger ist, 0,8 nur noch nach 0,9, es ist aber 1,1, also alles viel doofer, mehr Arbeitslose gibt es auch noch. Also insofern, die Erzeugerpreise sind die, die wohl relevant für einige da zumindest mal sind und die den Markt nicht unbedingt nach oben gepusht haben. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Gros der Bewegung schon vorher passiert ist, wer das also jetzt rein darauf bezieht, die Daten sind im 14.30 herausgekommen und dann seht ihr schon, die Hauptbewegung, die war heute Morgen schon, in den sozusagen nächtlichen Stunden Amerikas ist der Markt schon mal ordentlich runtergekommen. Na gut, noch ist alles in Ordnung, es wäre jetzt eigentlich schick und angebracht, wenn der Markt hier mal nach oben käme, das deutet sich im 5-Minuten-Chart jetzt an, das ist natürlich eine sehr kleine Bewegung bisher, ihr kennt mein Mantra, immer mal gucken, was ist die Starke, was ist die Schwache, ob das so kommt, weiß ich natürlich nicht. Natürlich, es böte sich aber bei diesen Unterstützungen an, solange es doch aber eher noch dreiwellig oder wackelig nach oben, also irgendwie dreiwellig oder irgendwie wackelig, haben wir gerade nicht da so richtig, nach oben geht, dann wäre es vorläufig noch kein Kauf, sondern erst noch mal ein bisschen tiefer und dann kann man später noch mal gucken und man da auf die Short-Seite dann sich noch mal mit, Entschuldigung, auf die Long-Seite mit reinnimmt. Das sind alles noch eher Short-Szenarien, aber in der Nähe der Unterstützung. So, und wer jetzt total begeistert ist und sagt, Mensch, Rüdiger, klasse Chart-Technik, das sind ja immer Punktlandungen. Nee, immer schon gar nicht. Das ist jetzt hier der Dow Jones. Gucken wir uns mal an, was der S&P gemacht hat. Der ist noch ein gutes Stück entfernt von dieser Unterstützung, die wir ja auch gestern schon genannt hatten. Ich mache sie noch mal groß hier im Tageschart, da könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ungefähr 3.700 haben wir das verortet, ein bisschen höher, ein bisschen drunter. Also eigentlich 3.705 plus minus 10 vielleicht. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Das wäre die klassische Unterstützung. Das wäre mir eigentlich am liebsten, dass er die noch erreicht. Nicht aus Boshaftigkeit für all diejenigen, die jetzt Long-Positionen haben, sondern einfach, damit sich dieses Bild idealtypischerweise auflöst. Dann sind nämlich ganz viele, die sagen, so mehr Unterstützung, jetzt können wir wieder kaufen. Dreht er vorher, werden einige sagen, soll ich schon, soll ich noch nicht. Das ist dann immer so eine Kann-Situation. Aber auch hier gilt natürlich, wenn in den nächsten Nachmittagsstunden so eine Bewegung hier passiert, dann sind das gute Anzeichen, solange das irgendwie wackelig ist. Und vor allen Dingen, selbst wenn es nach oben geht, es muss wackeln oder, also wackeln klingt immer so unfachmännisch, aber es ist der einfachste Begriff, der mir dazu einfällt, der am klarsten ist, Kurseüberschneidungen sind kein gutes Zeichen, wenn also die Abwärtsseite Kurseüberschneidungen hat oder eben dreiwillig ist, mit immer dran denken, triggern lassen. Nicht einfach sagen, oh, guck mal, hatten wir hier auch. Ja, aber ist ja nicht getriggert worden. Ja, also insofern, das sind immer so ein bisschen Indizien dafür, worauf man da achten kann oder worauf man da achten sollte. So, also insofern haben wir jetzt hier so die nächste Chance für einen Einstieg, Rücksetzer in unsere Lieblingszone, so um die 50%, also 38,20, 61,8. Das wäre eigentlich herzallerliebst. Warum zeigst du denn die Marken nicht? Naja, dafür braucht man den Hochpunkt. Und solange er nur hier so klein unterwegs ist, bis ihr das Video guckt, ist die Kiste eh durch. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass er vielleicht mal ein, zwei Stunden mal nach oben geht und dann eben dieses Muster zeigt. Dann könnte man auch sagen, naja gut, vielleicht ist das schon der Einstieg oder die Chance für einen Einstieg auf die Long-Seite. So, wie sieht es da beim Nasdaq aus? Der ist ja ebenfalls davon nochmal betroffen. Der ist noch ein Stück höher, also noch weniger eigentlich jetzt in dieser Geschichte unterwegs. Also theoretisch Potenzial noch ein bisschen nach unten, mindestens mal bei den Tech-Unternehmen, wäre nicht so richtig überraschend, weil wir eben noch weg sind von den Unterstützungen. Nichtsdestotrotz, ihr seht schon, dass diese Aufwärtsbewegung, diese Abwärtsbewegung im 5-Minuten-Chart, schaut es euch an. Vergleicht sie einfach selber mal. So, und jetzt vergleichen wir nochmal, wir machen jetzt mal so einen kleinen Sehtest. Dann vergleichen wir mal diesen Anstieg, den wir hier haben. Anstieg hier bis da. Wir hatten Rücksetzer hier, wir hatten Rücksetzer hier, wir hatten Rücksetzer hier. Alles das ist ja schon nach dem Hoch. Wir sehen, nicht überschneidend. Wir sehen, nicht überschneidend. Hoppla, sorry. Also nicht überschneidend. So, jetzt machen wir mal die Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung hat hier angefangen bis dahin. Wir hatten hier eine Gegenbewegung, wir hatten hier eine Gegenbewegung, wir hatten hier eine Gegenbewegung. Und jetzt seht ihr, der Punkt ist höher als der. Achtet man auf mein Fadenkreuz? Ja, ist höher. Der Punkt ist höher als der. Achtet auf das Fadenkreuz? Jawohl, der ist höher. Das heißt, abwärts ist überlappend und damit tendenziell korrektiv. Manch einer würde sagen, ja, ist doch klar, mit dem Trendkanal, mit dem Breiten. Ja, alles Indizien dafür, dass abwärts die schwache Seite ist und aufwärts die starke. Für alle Elliot-Wellenfreunde, ich muss gestehen, so richtig zählen kann ich das nicht. Naja, ich könnte mir was aus den Fingern saugen, damit das nachher noch schön fünffällig ist. Aber das grob entscheidende Kriterium ist, dass es durch diese Überschneidung eben eine Korrektivbewegung, das andere ist relativ steil, nicht überlappend und dementsprechend die aus meiner Sicht stärkere Richtung. Das heißt, wenn diese Sache jetzt vorbei ist, müsste eigentlich sich die stärkere wieder durchsetzen. Wie gesagt, wenn es ganz schön sein sollte, wäre es mir noch lieb, wenn das entweder einwellig ist oder wenn das so fünfwellig ist. Das haben wir da jetzt nicht so deutlich, aber stärker ist sie allemal. So, und wann ist denn die Abwärtsbewegung vorbei? Ruft da einer an, macht das Bimmelingen oder sonst irgendwie was? Naja, im Moment haben wir fallende Hochs. Das ist übrigens eine ganz klassische Trendüberlegung. Fallende Hochs, fallende Tiefs ist halt ein Abwärtstrend. Na gut, nicht sowas Neues. Wann hätten wir denn keine Abwärtsbewegung mehr? Naja, wenn wir zumindest keine fallenden Tiefs und keine fallenden Hochs mehr haben. Fallenden Hochs wäre, wenn wir das letzte hier nach unten durchstoßen. Entschuldigung, nach oben durchstoßen. Das heißt, wir haben ein vorläufiges, ein vielleicht schwaches, aber zumindest mal ein Indiz, wenn der Kurs hier durchgeht, durch diese Marke. Wer es nicht genau verorten kann, das ist 14. Juli, also heute 14.35 Uhr, so diese Zwischenhochs hier so in der Zeit. Achtet mal drauf, das ist jetzt hier der Future-Kontrakt. Dort lag das hoch bei ca. 11.686 in etwa. Ihr müsst aber gucken, wenn ihr andere Kontrakte handelt, kann es sein, dass die Preise ein bisschen abweichen. Deshalb ist die Uhrzeit wichtig. Dann könnt ihr in eurem Chart das nochmal gucken. Ansonsten future-mäßig seht ihr es hier an der Seite, wo das ungefähr ist. Das wäre ein Indiz dafür, ist kein Beweis für die Aufwärtsbewegung. Es gibt noch weitere so Sachen, die ich ganz gerne messe. Ich gucke nämlich, wie weit ist denn dieser Rücksetzer und wir sind schon sehr weit runtergelaufen. Na, das war jetzt klassisch verklickt hier. Wir sind sehr weit runtergelaufen, nämlich unter die 78.6er. Und ihr wisst, dass ich immer gerne mit Wahrscheinlichkeiten arbeite, mit irgendwelchen bauchigen Kurven, wie auch immer. Aber vereinfachen wir das Ganze mal. Die Wahrscheinlichkeit, wenn er so tief runterkommt, dass danach noch was richtig Tolles nach oben passiert, ist nicht mehr so groß. Sie lässt halt deutlich nach. Das heißt, ja, das ist ein positiver Trigger. Aber mit dem Nachteil, dass wir sehr weit runtergegangen sind, das heißt, die Gesamtstimmung so richtig toll nun auch nicht ist. Also mit Vorsicht wäre dieser Trigger zu genießen. Was ich anstelle dessen machen würde, ist, oder nicht nur würde, sondern in der Überlegung habe, ist, wenn wir diesen Anstieg steil haben, wackele ich runter und wieder korrektiv. Alternativ, wenn es halt nicht wackelig ist, sondern nur A, B, C, dann eben auf dieser B-Marke, dann dort einzusteigen. Dann kann ich wenigstens sagen, naja, der Teil war steil, der Rücksetzer war klassisch und er war korrektiv. Und ich gehe zumindest mal davon aus und dann kann man ja überlegen, ob man wirklich hier Gewinne mitnimmt. Ich bin ja gerne einer, der Gewinne mitnimmt, wenn ich so eine 1 zu 1 Relation habe oder ob man nicht sagt, naja, ich ziehe einen Stopp halt irgendwie auf dem Einstieg hinterher. Und wenn er dann weiterläuft, ist super und wenn er runterkommt, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich da schon irgendwie was schließe. Je nachdem, ob das korrektiv runterkommt, denn das wäre ja eine weitere Aufwärtserwartung. Oder ob er sagt, wir sind doch da hin, jetzt geht es steil runter. Na ja, dann schließen wir vielleicht hier ganz gerne und haben wenigstens ein bisschen Gewinn gemacht. Oder eben die volle Gewinnmitnahme hier, wie gesagt, ich mag gerne volle Gewinnmitnahmen, verpasse dann notfalls so eine Bewegung, es sei denn, es passt ins übergeordnete Bild. Und das ist halt mit diesem starken Rücksetzer nicht ganz so optimal. So, machen wir einen letzten Blick nochmal auf den DAX. Den Index, wenn ich den mir mal angucke, der ist ebenfalls, also hier seht ihr, das ist ungefähr meine Trading-Idee, die ich hier klassischerweise immer anlehne. Hier, zack, das da. Aber er hat ja nicht getriggert. Ist ja gut so. Wollen wir nicht schimpfen. Ja, ist besser, als wenn er triggert und danach doch trotzdem nach unten wegtaucht. Er hat nicht getriggert und ist nach unten weggetaucht. Das heißt, die bullische Seite ist ja hier jetzt nicht dramamäßig. Wir sehen allerdings auch, dass der DAX hier im 4-Stunden-Start bei 12.525, der Index jetzt hier, seine 78,6er-Marke durchstoßen hat. Ich mache auch das für euch nochmal groß. Das heißt, für mich ist dieses Long-Szenario im Moment erstmal nicht so dolle. Warten wir mal ab. Können ja die anderen erstmal entscheiden, was sie da wollen. Das sieht im Moment noch nicht gut aus. Das heißt, hier sind die Long-Szenarien vorläufig auf Hold, was aber gefährlich ist. Denn wenn wir da tatsächlich jetzt doch nochmal durchgehen durch diese Unterstützung, dann wird schnell auch sowas wie die 11.500, 11.000, irgendwie so diese Zone nochmal wieder relevant. Aber das ist eine andere Geschichte und das werden wir uns ein andermal nochmal angucken. Aber kurzzeitig war dieser tolle Versuch, die nette Idee, nicht getriggert und damit, tschüss, keine Idee mehr, vorsichtshalber aktuell erstmal auf Eis gelegt. Für die Intraday-Freunde wackelig hoch, aber das habe ich euch schon im amerikanischen Markt gezeigt. Das gilt natürlich für alle anderen Märkte ebenfalls. Probiert es mal aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr damit richtig tollen Erfolg habt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Bis dann. Ciao, ciao.